Liebe Freunde, ich probiere es mal wieder. Ich bin ja diese Woche auf einem Seminar die Online-Reaktion und Bloggen mit Matthias Lange und Thomas Gerlach. Und zur Halbzeit ist ja ein Nachmittag frei und da haben wir gedacht, naja, da gehen wir mal vom Kloster Banz nach 14 Heiligen. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe da rund eine Stunde und 20 Minuten gebraucht für die 7,5 Kilometer. Könnt ihr das ja anschauen. Ja, irgendwo sieht man es. Ja, genau. Und jetzt stehe ich vor der Kirche. Leider sind die Türme eingerüstet. Aber das ist nicht so tragisch. Immerhin habe ich was da und jetzt mache ich mich auf den Weg wieder zurück. Und von der Stelle aus sieht man es jetzt leider nicht. Aber ich zeige euch das dann auf einem anderen Video. Ciao.